Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich bekomme von euch auch auf YouTube, wo ich das meistens sehe, Nachrichten zu Podcasts und bekomme da auch sehr viel Anerkennung. Und ich dachte mir, das ist ganz interessant, mal über Anerkennung nachzudenken und da mal zu schauen, wo wir da landen. Wenn wir uns umschauen und in unsere eigene Vergangenheit schauen als Kinder, dann merken wir, dass uns beigebracht wurde, nach Anerkennung zu suchen und uns so zu benehmen, dass wir Anerkennung bekommen. Also wenn wir was toll gemacht haben, sind wir gelobt worden. Wenn wir was nicht toll gemacht worden sind, sind wir vielleicht ignoriert worden, beschimpft worden, geschlagen worden, je nachdem, welche Erziehungsmethode davor geherrscht hat in unserem Elternhaus. Also wir haben oder es ist uns beigebracht worden, dass wir die Anerkennung unserer Eltern brauchen, um zu überleben. Und je älter wir wurden, wir sind ja dann irgendwann mal in die Schule gekommen, da wollten wir auch anerkannt werden. Das hat jetzt bei mir nicht so gut geklappt. Aber gewünscht habe ich es mir trotzdem. Und es gab ja dann immer die, vielleicht wart ihr selber, gehört ihr selber zu den Personen, die das Zentrum der Aufmerksamkeit waren. Und dann gab es halt die anderen, zu denen ich gehörte, die sich dann so im Außenkreis schauen mussten, dass sie sich da irgendwie einen Freundeskreis zusammenbasteln. Trotz allem gab es diesen tiefen Wunsch in uns, nach Anerkennung zu suchen. Und manchmal ist es so, wenn wir sie eben gar nicht bekommen, dann wollen wir wenigstens gefürchtet werden. Und das können wir in unserer Welt immer mal wieder sehen, was passiert mit Menschen, die das Gefühl haben, die Anerkennung ist ihnen nicht gegeben worden. Und deshalb haben sie sich entschlossen, dass man sie wenigstens so wahrnehmen muss, dass man sich für ihnen fürchtet. Wenn wir also Anerkennung suchen, und wenn das unsere hauptsächliche Triebfeder wird, und das ist immer eine Erforschung wert, dann beginnen wir uns zu verhalten, nicht mehr so wie wir sind oder wie wir uns verhalten möchten, sondern wir beginnen uns so zu verhalten, damit wir die meiste Anerkennung bekommen. Das kann man auch sehr schön bei Podcastern beobachten und Podcasterinnen, dass sie zum Beispiel, wenn sie merken, dieser bestimmte Podcast, der hat jetzt mehr Aufmerksamkeit als andere, und dann wird eher in die Richtung gedacht oder eher in die Richtung etwas gemacht, um mehr Anerkennung, sprich mehr Likes zu bekommen. Und ich habe gehört, manche kaufen sich die auch, also was es nicht alles gibt. Wir sind dann süchtig nach dieser Aufmerksamkeit und dieser Anerkennung. Das bedeutet aber, dass wir einen ganz wichtigen Teil in uns, ja, das Wort, das hochkommt, das absterben lassen, und das benutze ich jetzt dann auch, weil absterben heißt ja nicht, dass wir schon gestorben sind, das heißt aber nur, dass wir etwas nicht mehr nutzen und es dementsprechend weniger vorhanden ist. Wenn wir also unsere ehrliche Meinung nicht mehr offen äußern und uns auch selbst beurteilen, weil wir das eben nicht äußern und weil wir, ja, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, dann haben wir unseren eigenen Weg verlassen. Wir sehen uns im Spiegel der anderen nur noch und nicht in unserem eigenen Spiegel. Das ist ein ganz interessantes Bild, wenn ich nur die Reflexion wahrnehme von anderen und nicht mehr meine eigene. Und wenn das passiert, dann verlieren wir das, was sehr wichtig ist für unser Sein, nämlich unsere Selbstliebe und unsere Wertschätzung uns selbst gegenüber, unseren Talenten, unseren Begabungen und die Anerkennung unserer Schwächen und auch den Humor, den wir hoffentlich noch dabei haben. Das alles kann verloren gehen, wenn wir nur versuchen, die Anerkennung von außen zu bekommen. Ich weiß noch, es gab mal eine Phase in meinem Leben, also es gab mehrere Phasen in meinem Leben, wo ich Anerkennung gesucht habe. Also es hört sich jetzt so an, als ob es nur eine gäbe. Nein, wirklich weiß Gott nicht. Aber eine fällt mir gerade besonders auf. Da hatte ich schon sehr viele erfolgreiche spirituelle Bücher geschrieben und ich sehnte mich nach Anerkennung für mein Schreiben. Und die bekam ich ja offensichtlich von meinen Leserinnen und Lesern und einige meiner Bücher waren auch Bestseller. Also ich hatte schon diese Anerkennung bekommen, aber ich bekam die Anerkennung nicht, sagen wir mal, vom Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Und da wollte ich diese Anerkennung haben. Und die bekommt man nicht, wenn man spirituelle Bücher schreibt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich mal einen Roman. Da habe ich ihn auch nicht dafür bekommen, aber mir ist später aufgefallen. Und das, was ich jetzt da so mitteile, das war nicht ein Prozess, den ich erkannt habe zu dem Zeitpunkt. Das war ein unterschwelliger Wunsch nach Anerkennung von einer bestimmten Gruppe von Menschen, weil ich natürlich über viele, viele Jahre, seitdem ich mich mit Spiritualität beschäftige und darüber schreibe, ich natürlich am Anfang enorm viel Kopfschütteln erleben musste, was in meine Richtung ging. Das habe ich auch alles hingenommen. Das war gelegentlich nicht so doll, aber es hat mich auch im weitesten Sinne nicht wirklich abgehalten, weil ich wusste, dass der Weg, den ich gehe, und da sind wir da, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, die Anerkennung der Anderen war mir nicht so wichtig, dass ich meine eigenen Interessen dafür aufgebe. Und natürlich ist Anerkennung anderer so ganz tief in der Basis unseres Gehirns angelegt, weil ohne unsere Mitmenschen wir zugrunde gehen in dem tiefsten unseres gemeinschaftlichen Seins. Wir sind Human Beings, also Menschen deswegen, weil wir eben auch andere Menschen brauchen und möchten und das Gemeinsame ja auch sehr wichtig ist. Dieses Gefühl, dass man eine Anerkennung zum Überleben braucht, ist ja eine Überlebensstrategie und die ist ja auch nicht wirklich unpraktisch. Wenn wir allerdings auf eine spirituelle Basis gehen und sagen, weswegen bin ich hier, also mich als unendliche Seele zu erleben und einen gewissen Grad der Wachheit zu erreichen oder einen kompletten Grad der Wachheit zu erreichen, dann brauche ich meine Anerkennung, dass ich meinem eigenen Weg folge. Und wir wissen, wir können es nie allen Leuten recht machen. Das ist absolut und völlig ausgeschlossen. Das ist nicht möglich. Und wenn wir das erkannt haben, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir hoffentlich kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wenn ich es eh nicht allen recht machen kann, dann kann ich es wenigstens mir selbst recht machen. Und das ist immer schon ein sehr schöner Schritt. Wenn wir uns also nur nach außen richten, dann ist unser Erschaffungspotenzial begrenzt. es ist deswegen begrenzt, weil ich andere Leute nicht manipulieren kann. Die können für mich nichts tun, wenn sie es nicht tun wollen. Mein Erschaffungspotenzial, meine Schöpferkraft entsteht aus mir selbst, dass ich etwas generiere, also eine Idee habe, einen Gedanken habe, mich in diese Richtung bewege und etwas dafür tue, dass ich dort auch hinkomme und sehe mich während dieser Zeit, während ich in diese Richtung gehe, auch immer wieder frage, muss ich da eine Kurskorrektur machen, ist es noch meine Richtung, sagt mir meine Intuition, jetzt wo ich mir das so genauer anschaue, finde ich das eigentlich gar nicht so doll, vielleicht muss ich das doch ein bisschen mehr in eine andere Richtung schieben. Ich bin dann in der Lage, A, B und C etwas zu erschaffen in meinem Leben und in meinem Umfeld, was mir Freude bringt. Und das ist jedem und jeder von uns gegeben, dass wir in der Lage sind, die Dinge, die uns Freude machen, auch tun zu können. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie 24 Stunden am Tag tun können, sondern es so, dass wir sagen, ja, ich muss aber hier Geld verdienen und da brennts gerade und hier muss ich mich da und da kümmern. Natürlich gibt es sowas immer im Leben, das ist ein üblicher Weg, dass wir Herausforderungen haben, das gehört dazu, aber trotz allem wissen wir, dass wir das tun, um etwas zu klären, etwas aufzuräumen, etwas zu erschaffen, dass es da eine bestimmte Notwendigkeit gibt und im Idealfall verlieren wir uns nicht dabei, weil wir nur nach Anerkennung von außen suchen. Woran erkennen wir, dass wir zu viel Anerkennung im Außen suchen? Es hat häufig was damit zu tun, dass wir uns nicht wohl fühlen, wenn wir kein Feedback kriegen, also wenn uns nicht jemand anderer sagt, das hast du toll gemacht oder ich bewundere dich dafür, dass unser Selbstwertgefühl nur damit zu tun hat, wie andere uns beurteilen. Während meiner Zeit als Fernsehmoderatorin habe ich gemerkt, später, allerdings nicht währenddessen, danach habe ich gemerkt, wie ich durch meine zweite berufliche Krise ging in diesem Beruf, während ich ihn ausübte, dass mein Selbstwertgefühl von meinem Erfolg abhing. Hatte ich gute Einschaltquoten, hatte ich gute Presse, lief das alles prima, ging es mir gut, hatte ich wenig Einschaltquoten, hat irgendjemand schlecht über mich geschrieben, dann ging es mir schlecht und das war eindeutig. Das konnte ich nicht einordnen zu dem damaligen Zeitpunkt. Später dann schon, weil ich ein bisschen was dazugelernt hatte, aber damals, wo ich mittendrin war, war das für mich sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Also dieses Gefühl, dass ich lächerlich gemacht werde oder dass man mich missversteht oder dass man mich ablehnt, das war nicht einfach für mich zu verdauen. Als ich dann anfing, mich mit Engeln zu beschäftigen, könnt ihr euch vorstellen, das war hochgradig, hochgradig interessant vor 30 Jahren, wenn jemand in der Öffentlichkeit über sowas sprach, da war ich dann schon so begeistert von diesem spirituellen Weg, dass ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt wurscht, das riskiere ich jetzt. und das war glaube ich das erste Mal in meinem Leben, wo ich nicht nach außen geschaut habe, sondern nur nach innen. Das fühlt sich richtig für mich an, das mache ich jetzt. Und ich fand zu meiner Überraschung, dass zum Beispiel das, was mich vorher so sehr oft geschmerzt hat, dann kaum mehr stattfand, also schlechte Presse zum Beispiel. Die Leute haben irgendwie verstanden, selbst wenn ich komisch war, in Anführungszeichen, und seltsam und ungewöhnlich, aber dass ich es ernst meine. Und in irgendeiner Form haben sie sich damit ja, sie haben das angenommen, wahrscheinlich ist das richtige Wort. Solano, mein spiritueller Lehrer, hat gesagt, wenn wir beginnen, gut für uns selbst zu sorgen, verändert sich unsere Beziehung zu jedem Individuum auf diesem Planeten. Es muss nicht sein, dass Beziehungen zu euren wichtigen Menschen deswegen zerbrechen, aber einige dieser Beziehungen werden sich verändern. Und ebenso werden sich auch andere Dynamiken verändern. Äußere Lebensumstände oder die Art und Weise, wie ihr euch kreativ ausdrückt. Alles, womit ihr in Beziehung steht, muss sich zwangsläufig verändern, wenn ihr zu euch selbst findet. Und das kann ich nur bestätigen. Es ist so wunderbar, dass wir alle einzigartig sind. Und in dieser Einzigartigkeit sich zu zeigen, ist für uns alle ein schönes Geschenk. Künstler machen das vor. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr über Aquarell lernen, weil ich das spannend finde und ich null Ahnung dazu habe. Und ich sehe immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammen zeichne oder male, wie unterschiedlich und spannend jede, selbst wenn wir eine Karotte zeichnen sollen, sieht jede Karotte anders aus, weil jede und jeder von uns die anders zeichnet. Und deshalb ist unser persönlicher Ausdruck so spannend. Wie gestalten wir unser Leben? Und wann hören wir auf mit dieser eigenen Gestaltung? Weil wir glauben, wir brauchen für unser Überleben die Anerkennung anderer. Die Anerkennung anderer ist ein Bonus. Das ist ein extra Sahnehäupfchen. Das ist nicht der Kuchen. Das ist nicht die Basis. Das ist, wie die Amerikaner so schön sagen, nice to have. Also Nettes zu haben, aber ist nicht zwingend notwendig. Und deshalb finde ich es spannend zu schauen, wo brauche ich die Anerkennung anderer? Und wenn wir merken, wir stecken da fest, es anzusprechen. Ich bin ein großer Freund von Sachen anzusprechen. Einfach zu sagen, zur Familie zum Beispiel, ihr wisst es wahrscheinlich schon, mir ist erst neuerdings aufgefallen, ich möchte immer, dass ihr alle mich doll findet und mich großartig findet und ihr alle glücklich seid. Offensichtlich gelingt mir das nicht, aber ich merke, ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Anerkennung und das versuche jetzt gerade aufzugeben. Also wenn ich was mache, was euch nervt, ja mei, das bin jetzt ich und jetzt lernt ihr eben mich kennen, statt meine Rolle und meine Vorstellung von mir und mein Wunsch, dass ihr mich alle toll findet, sondern jetzt darf ich einfach ich sein und ich übe noch und da ich übe, wird es mir gelingen und das finde ich doch ist eine schöne Idee für die kommende Zeit. Enjoy life. Die e die 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 Vielen Dank.